halli hallo hallöchen mein lieben freunde und herzlich willkommen zu einem neuen angezockt ich bin der onkel und wir zocken heute story about my uncle an ja was es hier geht weiß ich noch nicht ich habe das ich habe noch keine spielerfahrung damit außer dass ich eben mal kurz gestartet habe wegen deutschen untertiteln weil hier gibt es nur deutsche untertitel sich nur englische sprachausgabe und nur ein kleiner hinweis für die dieses spiel sich auch holen wenn ihr hier dann im optionsmenü auf deutsch stellt ihr habt ihr zwar dann hier deutsche sprache aber wenn ihr ins spiel geht ist es trotzdem noch englisch deswegen das spiel einfach mal neu starten und dann habt ihr auch deutsche untertitel und das ist mir persönlich sehr wichtig weil ich bin nicht so besonders guter englisch kenner und ja ich würde mal sagen starten wir hier mal los ich kann leider die die ganzen sequenzen und sowas nicht überspringen das heißt leider 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 kann ich euch die story nicht irgendwie ja verschleiern oder so und da habe ich mir gedacht da werden wir das dann wenn dann schon wenn dann machen wenn man es schon weg drücken können dann lassen wir das drin und ihr es gibt ein bisschen von der story mit und ihr kriegt einfach die ersten paar ja mal gucken wie lange ich hier anzock könnte sich ein paar parts werden weil das spiel sieht wirklich sehr interessant aus und ja wollen wir jetzt mal loslegen mich interessiert es voll und ja wir sehen uns das jetzt mal an dad aren't you sleeping yet it's time for bed honey dad i can't sleep can you tell me a bedtime story all right what do you want to hear something something about an adventure hmmm i think i know just the thing when i was your age my biggest dream was to follow my uncle fred on one of his adventures around the world one day he disappeared okay und da sind wir jetzt benutze wii asd und ich bewegen und maus um dich umzusehen i stepped into the lobby of my uncles house it lay just across the hill from where i lived with my mother your grandmother she had tried to keep me from going but i wanted to see see if fred was home yet from his latest adventure ok mit der rechten linken maus das kann man jetzt noch nichts machen aber mit der rechten maus das kann man zoomen dann kommen wir uns hier so ein bisschen umgucken ich glaube ich muss mal kurz ein bisschen zack so meine maus ein bisschen langsamer stellen wir haben es halb vier und hier gruppen fördert was grupp für technik schemen haben ok ja mal wieder schöne fotos ja das ist so ein wie ich denke mal ein explorer game also das heißt entdeckungsspiel und wie wir ja schon mitbekommen haben sind wir auf der suche nach unserem onkel das scheint jetzt hier nicht mehr anwesend zu sein ist jetzt kann sie im hause um zu gucken ob er denn von seiner letzten reise zurückgekehrt ist also er war wahrscheinlich schon überall zwei o plus v ok auto batterie aber noch ein paar zettel die auf friedrich in der pause drücken können das lesen don't forget turn wolf ja guck mal das ist doch na steam steam logo voll chlura magazin monster sind noch ein ok also hier kann man sich auf jeden fall viel umgucken und umschauen was hat denn hier der dies helm am rechtlich china helm leider sind die spiegelung ein bisschen naja ich weiß kann von wann das spiel wird das spiel auskamen welches welches jahr habe ich keine ahnung habe ich jetzt nicht nachgeschaut entschuldigung ach guck mal so eine schöne tatze wo sollen hier story portman anke gameboy kann man den irgendwie benutzen sehr lustig games dort passwort gegen gameboy hier kann ich interagieren aber das möchte ich noch nicht die spiel ist jetzt einfach mal so als wie wenn ich das im let's play spielen würde oder selber spielen würde das heißt ich gucke mich hier so ein bisschen um okay ich denke wenn man das story technisch oder müssen wir ja sowieso lang laufen deswegen wir gehen erst doch zu der karte ich hoffe das ist euch ja nicht zu dunkel ich kann ja vielleicht mal jetzt ist natürlich die maus wieder so langsam ich kann vielleicht mal die helllichkeiten kleines wenig hochdrehen warum auf 100 ich weiß nicht ob sich dann das viele nehmen nimmt aber ich weiß ja youtube zurück zurück fortsetzen das sieht jetzt ein hässlich aus sorry leute aber das muss ich viel zu machen also das sei sie nicht schön alles machen aus 50 ist ein bisschen ein bisschen angenehmer vielleicht für euch so ich wollte mal interagieren so schauen wir uns hier wieder ein bisschen an so schauen wir uns hier wieder ein bisschen an so schauen wir uns hier oben ein paar bilder schon wow na supi draußen ist aber schön so was hat er denn hier druckerpapier da wollen wir mal interagieren curiosity got the better of me and i tried it on it fit like it had been custom made for me so grappling hook also da kann man mit kann man wohl mit dem seil oder so keine ahnung müssen wir schon man on the moon um ein elf münd oder hier eine riesengroße 350 ml cola dose ok ok hier la riots hm ist das vielleicht ein spiel was die wir gemacht hätten keine ahnung aber vor uns war ja die steam eindeutung vielleicht ist das ja hier auch irgendwie sowas mal gucken muss man machen könnt ihr ja mal suchen oder ich suche es auch mal ja ja als ich gesagt ich war ein kurioses Kind ok wir sind also jetzt hier ein Kind welcome to FlatOS pull the lever to lunch hier kann man irgendwas machen das machen wir gleich die stern warte kann man hinaus in die sterne gucken wow ok ok starting oh oh wie ist denn jetzt ich bin ich sitze fest ich kann nix mehr machen Ui, a story about my Anker. Ui, wir fliegen hinauf zu den Sternen. Wie toll. Alter. I landed with a crash, but thanks to the suit I wasn't hurt. I had no idea where the pad had taken me, but back then I didn't care so much about where I was going or how I would get home. Okay. Aber dann hier. Oh, ich kann nicht mehr zoomen. Puff. Ach, damit springe ich. Ich springe mit der rechten Maustaste. Okay. Ich dachte mit Leertaste springen, man. Aber da kann man wahrscheinlich... Nee, doch nicht. Okay, grafisch geht. Also hier war schon mal jemand vor mir, das war bestimmt der Onkel. Wenn ich schon mal hier sind, guck mal wenigstens mal hier hinten noch rum. Okay. Guck mal dann hier. 23.46 Uhr. Eine Uhr. Also wir sind jetzt über den Wolken, oder was? Oder irgendwie so? Keine Ahnung. Was ist das? Das sieht aus wie ein... Das ist ein Festplatten-Reservor. Ja. T-T-Tor. 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 Müllsäcke. Ja, Mensch. Hier war die Menschheit schon. Müllsäcke rum. Oh. Um zu rennen. Okay. Dein Fortschritt wurde gespeichert. Hier liegt ein Autoreifen. Okay. Was ist das? Ach, das sind Speicherpunkte. Okay, okay, okay. Das hab ich jetzt zum... Spreizbinder. Ah, okay. Schnell ich mal, das Ding so schwer ist, kann man auch nicht schwimmen. Ui. Spiele darüber, mal gucken, ob das klappt, ihr ob das klappt. Oh Mann. Man spielt es jetzt, wissen wir, was das Spiel hinaus will. Oder was wir hier machen sollen. Und zwar über das Jump'n'Run. Naja. Ich war sicher, dass jemand hier vor mir gewesen wäre. Jemand hat diese Brücke gebaut und diese Symbolen schraubt. Aber wer? Wo waren sie jetzt? Und ja, wann das Spiel hier natürlich das Release war, das findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Ja, das ist ja alles beschrieben hier bei dem Angezockts. Jetzt kann ich ja auch noch mal hüpfen. Und... Ich lade den Anzug auf, um... Naja. Okay, wo soll ich denn da hin? Aha. Ach, jetzt hätte ich mal... Oh, ja. Das ist mal dumm. Ui. Okay. Oh, es ist heute hier. Oh. Oh. Aha. Okay. Und jump'n'Run. In Ego-Shooter. Dings. Sicht. Hüpf. Hüpf. Wow. Alter war das knapp. So. Da scheint es weiter zu gehen. Deswegen gehen wir mal hier rüber. Ach, hier drüben können wir auch weiter. Ach, wieder vergessen zu drücken. Ich bin zu blöd. Naja, das wird alles noch. Ui. Ui. Jetzt kann man hier nochmal rüber springen, oder? Nö. Ja. Ja. Ich bin hier drüben. Ich bin hier drüben. Ich bin hier drüben. Hüpfel. Da ist noch ein fahrer. Oh, ich bin hier drüben. Ich wusste es ihm. Ich wusste es ihm. Weil es entleert sich mit den Ebennischen Arten zu einem eigenen Hecht zu tragen. Süper Süper. Tübe food? Das ist gross. Das ist so schlimm. Ein Winter, Uncle Fred und ich gingen in den Regen und wir waren überwachsen. Wir waren in eine kleine Kühle für zwei Tage. und all we ate was toot food and cold-cannt goulash as well your grandmother was worried sick but i thought it was all very exciting und dann kamen wir ja okay haben wir das auch langsam raus also hier ist ein lieblings essen und so wieder gespeichert okay ein kleiner stein wir spielen auch ich denke wir müssen wir auf die okay sehr geil sehr schick sehr geil gefällt mir super sprung machen oder schreibt es auch so dass ich glaube ich sollte dabei oder drehen wir uns noch mal eine runde sehr cooles spiel gefällt mir sehr sehr gut muss ich sagen äußerst gelungen ok jetzt werde ich das mit dem sprint versuchen ich werde mal springen alter ok hier ist eine leider und die brauchen wir natürlich nicht hoch zu gehen wir haben ja wir sind ja sonnig kommen wir dann hier ein oh was könnte man da habe ich das hier nicht auch gehabt irgendwo da komme ich nicht mehr hin das glaube ich nicht ok ich soll hier bestimmt oh fuck ich muss es halten halte gedrückt um dich nach vorne zu ziehen ja es steht dort kleiner onkel meine frisse sehr cool sehr cool hier ist eine leitere da kommt man nicht hoch ok da kommt man nicht hoch da kommt man nicht hoch da kommt man nicht hoch also wir müssen ja dann ok leuchtet auf wenn du in reichweite bist ach so cool also dieses dings leuchtet auf dieses fadenkreuz äh 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 fadenkreuz äh alter mhm ok 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 wir haben hier dieses zeichen auch mhm was haben wir denn hier eigentlich ok ok hoffentlich kommen wir keine gegner wüsste ich nicht wie ich mich werden soll ok wenn du loslässt wenn du loslässt wenn du loslässt wirst du nach vorne geschleitert ja das ähm ist hier auch nötig mhm weiter das war da drüben also es wird er irgendwas drauf geschützt das bett netz so gestört auf jetzt einfach mal so kurz bis hier wo legt mich am arsch muss jetzt so was ich muss auf die plattform ok kombiniere den powersprung mit dem enderhaken oh 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 komm ich daher ok pass auf ok Coole Scheiße. Geil. Macht Spaß. Macht echt Spaß. Okay. Du. Pop. Pop. Ach, du Kacke. Ich hab doch ne Macke. Was mach ich denn nur? Warum drück ich den Springen? Ich blöd manchmal. Aber man kann auch ein bisschen daneben. Oh, das war zu weit. Ja, ein normaler Sprung reicht. Das ist schön. Jetzt haben wir hier und müssen dann bestimmt da rüber. Boah. Alter. Boah. Das war unendlich knapp. Geht's immer wieder hier. Äh, nicht wieder. Also wir sind hier. Okay, ich würde sagen, das müssen wir bestimmt ein bisschen weiter. Oh, nee, oder? Ich bin zu blöd. Oh, lieber. So. Also wir müssen definitiv da hoch. Okay, wo muss ich denn da hin? So, nochmal da hin. Nochmal da hin. Und nochmal da hin. Mit dem ersten kleinsten Rätsel fange ich schon an, rumzusch... Ach ja, man kann sich ja auch einfach mal fallen lassen. Okay, wir sind oben. Das ist schön. Okay, das sind wie Checkpoints, die Savepoints. Also das heißt, wir müssen da immer starten. Wuii. Alter. Sehr cool. Boah, macht das Spaß. Ich glaube auch, dass das ein... Ja. Mehrpartiges angezockt wird. Da komme ich nicht so schnell weg hier. Okay, jetzt haben wir hier einen drehenden Stein. Sehr interessant. Sehr interessant.